Hallo liebe Zuschauer, heute habe ich etwas für euch und zwar habe ich mir hier zwei Baumsetzlingspaletten gekauft und ja, jetzt stehe ich vor dem Problem, wie verlad ich die denn? Und da habe ich einen schönen Mod gefunden, ich öffne mal den Shop und zwar ist das hier ein Toyota Gabelstapler und der ist jedoch richtig überarbeitet worden vom Farmer Andy und ja, da besitze ich also bereits schon einen, hier sind dann auch noch einige Anbaugeräte dabei, ich habe jetzt eben mal das Heckgewicht und die Palettengabel mir gekauft und dann schauen wir uns das Ganze mal an, da steht das gute Stück, sieht also wirklich recht schön aus, wie gesagt, da gab es schon mal eine Version, die aber sehr sehr stark überarbeitet wurde, jetzt dass einiges wesentlich besser funktioniert, ja, schauen wir mal Beleuchtung durch, die funktioniert auf jeden Fall schon mal, rundumleuchte haben wir, Hupe haben wir auch, wir haben Licht, haben wir auch ein Arbeitslicht, nein, wir haben also lediglich das, mit der linken Maustaste hoch, runter, links, rechts und mit der rechten Maustaste können wir noch die Neigung hier vorne vom Gerät ein bisschen ändern, dann sehen wir auch inzwischen kommt der Fahrer hier mit den Füßen auch unten an die Pedale, das hat ja vorher auch noch nicht unbedingt so funktioniert, so und dann versuchen wir doch damit mal die Palette aufzunehmen, wir haben hier verschiedene Kameraperspektiven, einmal eben diese, wir haben hier eine Innenperspektive, das Lenkrad dreht sich, wie es auch sein soll und wir haben aber auch hier so eine Gabelperspektive, die natürlich sehr sehr hilfreich ist, wenn man dann hier so etwas aufnehmen möchte und da vielleicht in der Innenansicht auch noch nicht so geübt ist, so, man sollte natürlich auch halbwegs die Palette treffen, dann funktioniert das auch, so und dann können wir zum Beispiel eben hier in die Außenperspektive wieder zurückgehen und fahren hier einmal rum, das Ganze schon mal anheben, so, wunderbar, so, zack, fahren wir noch ein Stückchen zurück, na, ja, ist ein bisschen Übungssache, wie alles natürlich, so, jetzt bleibt die Palette stehen, wunderbar und könnten jetzt so eben auch die zweite, so, was wir mal schauen, während wir die zweite sowieso schon hier umfahren, wir machen mal vollen Lenkeinschlag, wie ist denn hier der Wendekreis und naja, für so einen Stapler schon noch recht groß, aber okay, ist auf jeden Fall ein sehr sehr nettes Gerät, funktioniert wunderbar und ja, ich würde sagen, runterladen, Downloadlink wird es natürlich wieder in der Videobeschreibung geben und ja, gerne auch beim Modder bedanken, einen netten Kommentar da lassen, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr auch mir einen Kommentar oder einen Daumen da lassen, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao!